Applaus Ich glaube, der Mann ist richtig Wenn wir mal in den Rufhaus noch Jetzt! Jetzt! Ja! Applaus 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 Das war die 29. Minute Das 1 zu 0 vor uns der Halbengaste Die Nummer 10 Toni Schmidt Applaus 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 Wobei, eigentlich... Oh, Heike! Oh, mein Hexen! Das machen Hexen nie, das versteht er nicht mehr. Oh, also die Nummer 2 gegen Papi, das sind so 2, ey. Oh, der Papi, was auch was? Heike! Mach die Dinger! Was ist los? Papiiiiiii! Ho, 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 ho! Und man hat mich immer wieder nach vorne gesucht. Ja, die hat trotzdem nicht mehr an. Wie schien ich ab? Hierher, weißt du was? Mit dem Rasierapparat los war Digger. Der hält normalerweise nicht immer ein Problem einem. Ich geh drüber, nach 5 Minuten oder 10 Minuten abzumachen sind, weil die so eng beieinander sind und jetzt alle reinzumachen sind. Warum braucht man hier einfach Doppelrasen? Man hätte damals einfach mit mir beim Kunstrasen einen Rasen einbauen müssen, wo man den renoviert hat. Vor 6 Jahren oder sowas. Ist das noch drin hier? Nein, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Lele Deiner! So Lele! Gut so Leo! Talle Nummer Momo! Wow leckerli! Talle Nummer wieder! Moaaaaa! Oooooooh! Lava Gas! Lava Gas! Was ist alles dumm? Und dann äh... Oskar, denkst du, wenn wir mit allen vorvor sprechen... Ich höre doch einfach mal zu. Also angenommen wir gehen ab anfangen, es ist 1-0 rein. Nein, nicht 1-0. Ja. Wenn es schon mit dem Unbereit stehen wird, dass wir den genauen Gewicht haben. Nein. Ich sag auch nein, aber alles ist möglich. Wie ist diese Woche?